Hallo, mein Name ist Josefa, ich bin eine Hebamme und derzeit mit dem Roten Kreuz auf Einsatz und werde in ein paar Tagen auf dem Rettungsschiff Ocean Viking hier von Marseille aus ins Mittelmeer mitfahren, um in Seenot geratene Menschen, die an Bord kommen, zu versorgen. Mein Hauptaufgabengebiet wird natürlich sein, als Hebamme Schwangere, junge Mütter und die Frauen im Allgemeinen zu betreuen, auch Kinder und Babys und Schulkinder bis zum zwölften Lebensjahr. Wir werden am Wochenende hier ablegen. Das Team im Allgemeinen besteht aus 32 Personen. Das medizinische Personal, die medizinische Gruppe sind ein Arzt, mich als Hebamme und zwei Schwestern, die mitkommen und der Einsatz wird über mehrere Wochen gehen, bevor ich wieder an Land gehen kann. Und ich freue mich auf diesen Einsatz, der sicher anders wird und ganz viel Sinn und Freude machen wird.